. Rastretel, Frühstück! Zum ersten Mal erwacht Axels Vati in der Kaserne. Es gab mal eine Zeit, da wurden junge Männer verpflichtet. Zu einem Dienst für Deutschland. Ich hab Zivildienst gemacht und höre von allen, auch vielen bei der Bundeswehr, es sei unterm Strich die beste Zeit gewesen. Oder gehört mit zum besten Jahr überhaupt. Würde ich auch so sehen, ja. Und dann gab es eine Zeit, da wurde die Dienstpflicht ausgesetzt. Warum tut man so was abschaffen? Das ist der lichtige, man kann sagen, der lichtige Mohikaner. Und heute gibt es viele, die zurück wollen zur allgemeinen Dienstpflicht. Ja, sogar das Staatsoberhaupt Deutschlands, der Bundespräsident, fordert eine Pflichtzeit. Jeder sollte einmal im Leben etwas tun für andere, Menschen, die ihm fremd sind. Alleine die Tatsache, dass man für ein Jahr seines Lebens nicht selber entscheidet, wo es jetzt lang zu gehen hat. Sondern dass jemand anders sagt, Freundchen, du tanzt ja nächsten Montag an und so. Das kann nicht schaden. Eine Pflicht? Früher machten da nicht alle mit. Ich hab dann halt gesagt, ich mache Kriegsdienst nicht und lasse mich jetzt aber auch nicht mit Zivildienst bestrafen. Dass ich dann sage, ich bin jetzt gegen Krieg und mache jetzt dafür aber Zivildienst. Hab dann gesagt, Leute, ich mach gar nichts. Pflicht? Das klingt so streng. Nach Zwang und Befehl. Ist das zeitgemäß? Vor allen Dingen sind es ja ältere Menschen, die sagen, Junge sollen das tun. Und das ist natürlich immer ein bisschen problematisch. Eine Debatte ist im Gang. Mit guten Gründen für und gegen eine Dienstpflicht. Und einer Prise Nostalgie. Es geht um das, was uns als Gesellschaft zusammenhält. Und um Freiheit und Selbstbestimmung. Ein Jahr für Deutschland. Der Streit um die Dienstpflicht. Mein Name ist Marius Matewes. Ich komme aus Bielefeld. Bin 19 Jahre alt. Und mache hier mein Freiwilliges Soziales Jahr in der Stiftung Bethel. Am Anfang war das immer ... Da muss man erst mal reinkommen. Da ist eine völlig neue Welt, die ich vorher zumindest nicht kannte. Ob es jetzt der ganz normale Umgang mit den Menschen ist oder auch die Pflege oder auch selbstverletzendes Verhalten. Solche Sachen habe ich vorher in meinem Leben noch nicht gesehen. Die waren erst mal neu. Und dann mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und irgendwann ist es nicht mehr abschreckend. Marius Matewes ist freiwillig in einer Werkstatt, in der Menschen mit Behinderungen arbeiten oder ihren Tag verbringen. Wie Erik Svensson. Der Erik zieht immer gern seine Schuhe und Socken aus. Und hier in der Werkstatt sind natürlich ... Da kann alles rumliegende Schrauben etc. Deswegen sollte er seine Hausschuhe tragen. Und das ist so ein regelmäßiges Ding, dass er die gern wieder auszieht. Und dann muss man die immer wieder anziehen. Vor allem, wenn man irgendwo hingeht. Und jetzt gehen wir zum Frühstück. Das ist Frühstückszeit. Und deswegen ziehe ich da immer die Schuhe vorher an. Marius Matewes ist einer von den rund 52.000 jungen Menschen, die sich im vergangenen Jahr für ein freiwilliges soziales Jahr entschieden haben. Wir werden Marius Matewes in diesem Film noch öfter sehen. Dann lass dir schmecken. Hannover. Anfang September 2022. Bundesparteitag der CDU. Carsten Linnemann ist ein Befürworter der Dienstpflicht. Er will, dass sich seine Partei heute dazu bekennt. Die CDU wäre damit die erste Partei im Bundestag, die ein Pflichtjahr für Frauen und Männer anstrebt. Moin, hi. Guten Morgen. Ach ja, Herr Rhein, Herr Rhein. Reden Sie gleich zum verpflichtenden Gesellschaftsjahr? Ja, aber wir machen Gesellschaftsjahr. Ja, das geht aber besser als meiner. Nein, 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 das stimmt überhaupt nicht. Ich bin seit Jahren dafür, dass wir ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr einführen. Der Zusammenhalt bröckelt, die Seerigation nimmt zu. Bestimmte Milieus treffen sich nicht mehr. Die Bindekräfte in Deutschland lassen nach. Und wir brauchen den Zusammenhalt. Und das ist der Hauptpunkt. Und deswegen bin ich dafür. Dieses Ding können wir gar nicht von heute auf morgen umsetzen. Da braucht es eine ganz große gesellschaftliche Debatte. Das dürfen wir nicht übers Knie brechen. Volle Pulle d'accord. Deswegen bin ich auch dem Bundespräsidenten dankbar, dass er die Debatte gesucht hat. Und ich finde es schade, dass viele Politiker der Ampelparteien es gleich im Keim erstickt hat. Wir müssen die Partei sein, die diese Debatte auch in der Gesellschaft will. Für seinen Pflichtzeitvorschlag im Sommer 2022 wurde der Bundespräsident von vielen Seiten kritisiert. Was die soziale Pflichtzeit angeht, war mir im Vornherein klar, dass das keine Idee ist, die von selbst fliegt. Wenn es so wäre, hätte ich den Vorschlag auch gar nicht machen müssen. Sondern der Vorschlag war ja eher getrieben von der Sorge, dass wir Zusammenhalt wiederherstellen müssen. Im Herbst lädt der Bundespräsident Gegnerinnen der Dienstpflicht wie Jonah Dörr ein. Die Schülerin hat dem Staatsoberhaupt einen offenen Brief geschrieben. Warum wollen Sie uns zu etwas zwingen? Glauben Sie wirklich, dass man durch Zwang das Gemeinwohlen die Gemeinschaft stärken kann? Nein, Herr Präsident, das glaube ich nicht. Ich bin ziemlich aufgeregt. Ich habe kaum die Nacht geschlafen. Aber ich freue mich jetzt auch, dem Bundespräsidenten meine Meinung zu sagen. Wird Jonah Dörr dem Bundespräsidenten ihre Meinung sagen können? Das werden wir später erfahren. Eine Pflicht für junge Menschen? Die gab es jahrzehntelang, aber nur für Männer. Wehrdienst. Oder Zivildienst. Brauchen wir, braucht die Gesellschaft so etwas heute wieder? Ich glaube, ein Jahr für die Allgemeinheit, das hört sich für mich prinzipiell erstmal richtig gut an. Und kann auch zur Orientierung dienen. Ich glaube, ich kann nur von mir selber sprechen. Ich habe ein Jahr lang Zivildienst in der Psychiatrie gemacht. Das war bis dahin das lebenswerteste Jahr, was ich hatte. Ich bin mir endlich mal für was zunutze vorgekommen. Ich war tätig in der Landesklinik Grafenberg. Psychiatrie-Beschäftigungstherapie. Das war für mich sehr, sehr schön. Ich wurde ausgebildet, Körbe zu flechten und Seelöwen zu nähen, Puzzlespiele aus Holz zu sägen, Hampelmänner, alles Mögliche an handwerklichen Sachen, Basteldinge. Und das Tolle war eben, für mich plötzlich jemand zu sein, der wirklich helfen und assistieren konnte. Und gleichzeitig auch zu beobachten, diese unglaubliche Solidarität der Patienten untereinander, das hat mich einfach umgehauen. Und natürlich war das auch für mich persönlich spannend, zu lernen, wie man Menschen begegnet, die sich irgendwie anders verhalten. Fünf Schuss richtig übergeben. Fünf Schuss richtig erhalten. Wehrdienst. Wehrersatzdienst. Lernten die damals was fürs Leben? War eine tolle Zeit. Und ich habe eigentlich mein ganzes Berufsleben später auch von diesem Zivildienst profitiert, von dem, was ich da erlebt habe und wo ich Einblicke bekommen habe. Ich war ja erst drei Monate beim Roten Kreuz und dann den Rest der Zeit im Pfarrbüro bei der katholischen Kirche. Man hat für mich die Stelle beantragt. Ich war der erste Zivi auf der Stelle, weil ich spielte ja auch da Sonntagsorgel. Also für mich war es ganz klar die Basis für den Beruf. Aber das hängt natürlich dann ab, welchen Beruf man später macht. Ich habe ja auch da die tollsten Szenen erlebt. Also ich habe zum Beispiel auf Seniornachmittag im Zivildienst Klavier gespielt. Wo Frauen mit Frauen tanzten, aber nicht jetzt aus Grund von, heutzutage zum Glück, völlig freier sexueller Orientierung, sondern weil die Männer, wie man so sagt, im Feld geblieben waren. Ich drehte einfach vor sie hin und sagte, wie verliebt ich bin. Und ich kannte ja auch, ich meine, da muss man ja sagen, das war dann bei den 70er-Jahren, da war ja der Zweite Weltkrieg. Betroffene waren dann noch die Hauptklientel bei diesen Seniornachmittagen. Und dann sagte zum Beispiel ein Mann zu mir, Herr Schmidt, wie groß sind Sie? Und ich sage, 1,94 Meter, Donnerwetter. Da wären Sie ja L.A.H. gewesen. Und ich wusste nicht, was das ist. Und das war Leibstandarte Adolf Hitler. Also das heißt, man wurde permanent sozusagen mit diesen Fachausdrücken konfrontiert. Auch so ganz locker, das ist eine Kriegerwitwe. In seinem freiwilligen sozialen Jahr hat Marius Matewes einen selbstverständlichen Umgang mit behinderten Menschen gelernt. Eine seiner Aufgaben, Erik Svensson auf die Toilette begleiten. Bei Toilettengängen muss man erstmal reinkommen, ganz generell, egal welche Person das ist. Das ist ungewohnt. Also ich bin erst 19. Ich glaube, viele Menschen haben erst Kontakt damit, wenn sie das erste Kind haben. Aber da kommt man rein. Also nach einem Monat, zwei Monaten Pflege, hat man da so eine Lockerheit. Da sieht man nichts mehr, was einen überrascht sozusagen. Früher, da konnten es sich junge Männer nicht aussuchen. Sie mussten. Im Westen. Wie auch im Osten. Mancher muss den Klimmzug erst richtig lernen. Den Dienst an der Waffe verweigern in der DDR? Das ging bis März 1990 in der Nationalen Volksarmee nur als sogenannter Bausoldat. Ich glaube, Zivildienst in der Bundesrepublik Deutschland und Bausoldaten in der DDR, das sind zwei verschiedene Welten. Wer den Dienst an der Waffe in der DDR verweigert hat, das war ein Staatsfeind. So wurden die Leute auch behandelt. Und das war nichts Schönes. Und es ist eigentlich auch für diejenigen, die danach wieder ins Berufsleben eingetreten sind, immer als Stigma geblieben. Im Westen hatte der Zivildienst lange Zeit nicht das allerbeste Image. Was sind das für Leute, die den Kriegsdienst verweigern? Hm. Ob das du Memmen sind oder Feichlinge sind oder was, das kann ich nicht sagen. Wenn sie Dienst machen sollen, müssen sie eigentlich alle Dienst machen. Das tun sie sich dem Vaterland zugute. Wir wissen ja noch gar nicht, was auf uns zukommt. Also man hat ja früher immer auch hergezogen über die Zivilisten als Faulpelzer, als Drückeberger und die so verlacht als Softies und so. Also man ist in so schwachsinnigen Denkkategorien gewesen, über die wir hoffentlich hinaus sind. Sind wir. Erstmals wird Deutschland von einem Kabinett regiert, in dem keiner den regulären Wehrdienst nach der Schule absolviert hat. Die meisten haben verweigert. Olaf Scholz ist einer von ihnen. Übrigens, zur Dienstpflicht haben weder SPD noch die Grünen eine Position. Marius Matewis unternimmt einen kleinen Ausflug mit Erik Svensson. Es greift ja die Scheibe und, genau. Und es gibt ja auch manche Laute, wenn man das so nennen kann, von sich. Also irgendwas macht das mit ihm. Ich finde das irgendwie schön anscheinend. Stimmen wir jetzt über das verpflichtende Gesellschaftsjahr ab. Wer diesem seine Zustimmung erteilen will, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Die Pflichtfraktion in der CDU setzt sich durch. Die CDU ist damit die erste Partei im Bundestag, die ein Pflichtjahr für junge Männer und Frauen fordert. Das Erste war aus dieser Sicht hier eindeutig die Mehrheit. Natürlich super. Das wäre jetzt nicht schön gewesen, wenn das jetzt nicht durchgekommen wäre. Ich freue mich sehr. Wir haben jetzt einen Punkt. Als einzige Partei. Wenn die Bundestagswahl 2025 stattfinden sollte und nicht er, dann werden wir als CDU versuchen, dieses Thema durchzusetzen. Und dann wird man bestimmt zwei, drei Jahre noch für die Umsetzung brauchen, sodass wir über 2027, 2028 frühestens reden. Und Deutschlands Chefpunkter? Voll auf Unionslinie. Wir sollten auch niemanden vor den Kopf stoßen. Also wenn wir hier von einem Pflichtjahr reden, dann reden wir einfach davon, erstmal davon, Leute, wie wäre es denn, wenn ihr einen gewissen Zeitraum, optimalerweise eben dieses Jahr, einfach abstellt. Und könnt ihr euch irgendeine Tätigkeit vorstellen, die euch entspricht? Man kann ja auf die Leute eingehen. Ja, das ist nicht so wie bei der Bundeswehr, wo es heißt, du kommst jetzt da und dahin und du nimmst jetzt die Waffi an die Hand, sondern man kann ja sagen, also muss das heimatgebunden sein oder würdest du dich sogar freuen, vielleicht in eine andere Stadt zu fahren, um mal auch dein Umfeld zu wechseln, um selber für dich mehr zu sein. Ja, und was liegt dir mehr? Bist du besser im Umgang mit Menschen oder ist die Tierpflege was für dich oder findest du Feuerwehr gut oder sonst was? Da kann man ja erstmal, das ist ja ein Riesenkatalog. Und die Menschen, also ich zum Beispiel, wenn man mir das vorgeschlagen hätte, wie wäre es denn für dich, hilfsbedürftige Menschen zu betreuen? Dann könntest du dir vorstellen, teilweise unter der Woche bei gewissen Personen zu leben oder drei oder vier davon zu betreuen im Wechsel. Dann hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Was halten die Deutschen von einer neuen Pflicht? Wir haben für diesen Film eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse bilden Schüler des Friedrich-Eugins-Gymnasiums in Stuttgart ab. Würden sie ein verpflichtendes Soziales Jahr für junge Menschen nach der Schule befürworten? 69 Prozent der Deutschen sind dafür, 25 Prozent dagegen. Der Rest ist unentschieden. Es sind vor allem die Älteren unter den Befragten, die Ja sagen zur Pflicht. Ich finde, das ist halt so ein bisschen unfair, dass wir von den Alten gezwungen werden, obwohl unser Land, also obwohl wir die Zukunft unseres Landes sind, das vielleicht einfach nicht wollen. Die Stichprobe unter den Stuttgarter Schülern? Die Mehrheit in der Mitte ist dagegen. Links stehen die Befürworter einer Pflicht und rechts die Unentschlossenen. Ich bin tatsächlich eher für ein Pflichtjahr, einfach weil ich finde, dass man so viel vom Staat bekommt, eben Schule, es ist alles kostenlos, Bildung in Deutschland. Und da kann man einfach so ein Stück einfach zurückgeben, eben. Und deshalb halte ich das für sinnvoll. Entschuldigung. Also wir sind eigentlich eher beide dagegen. Wir sind halt dagegen, weil wir finden halt auch, dass dadurch einem irgendwie die Freiheit genommen wird nach der Schule, wenn man auch zum Beispiel ganz anders, also ganz anders eigentlich seine Zukunft gestalten wird, dann wird einem halt dieses ganze Jahr dann genommen. Also hier auf dem Plakat steht, Zwang ist nicht gleich Solidarität. Das ist wirklich so. Wir haben schon zwölf Jahre gearbeitet und ein bisschen Pause wäre echt schön und einfach Zeit für sich. Also ich wäre dafür, dass man den jungen Leuten anbietet und sagt, ihr könnt euch entscheiden. Und ich glaube, dass die Generation, die jetzt nachwächst, von alleine aus sagen würde, ich mache das jetzt. Also ich kenne viele Leute, die nicht nur in Deutschland, sondern im Ausland irgendwie nach dem Abi, nach der Schule irgendwie sagen, jetzt gehe ich erstmal raus. Jetzt hole ich mir, suche ich mir ein soziales Projekt und dann mache ich das erstmal ein Jahr, bevor ich damit ein Studium anfange oder mit der Lehre. Na klar, eine Pflicht schränkt die Freiheit ein. Aber Generationen von Männern mussten damit leben. Sind Sie gern Soldat? Ach, nee. Bin ich nicht. Warum nicht? Ach, alles Scheiße hier. Warum sind Sie Soldat? Weil ich Soldat werden muss denn. Ist aber nicht das schönste Gefühl, wie Sie sehen hier. Also gerne bin ich bestimmt nicht hier. Wenn es nach mir ginge, hätte ich hier überhaupt nichts zu suchen. Darf ich noch mal was sagen? Vor allen Dingen, wenn es da heißt, ja, die Freiheit wird angegriffen, der Staat kann uns nicht eines Jahres berauben. Bis in die 90er rein hat der Staat einfach mal jedem eines Jahres beraubt. Und die Leute kriegen das auch nicht wieder. Da heißt über Nacht dann, das ist abgeschafft. Was sollen denn all die sagen, die das schon geleistet haben? Also da kann man doch auch nicht sagen, ja, Pech für euch, dass ihr so geboren seid. Das finde ich irgendwie, äh, finde ich schade. Wer eine Dienstpflicht für Männer und Frauen einführen will, kommt wohl um eine Änderung des Grundgesetzes nicht herum. Artikel 12, Absatz 2. Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen Dienstleistungspflicht. Eine neue staatliche Pflicht bräuchte eine neue Behörde, wie einst. Betroffene müssten erfasst und angeschrieben werden. Der bürokratische Aufwand ist ein Argument jener, die die Pflicht ablehnen. Tada! Das ist ja ein Thema Pflichtjahr, was jetzt wieder sehr stark in Mode kommt, darüber zu diskutieren. Die einen wollen ein neues verpflichtendes Jahr, um bei der Bundeswehr zu dienen, die anderen nennen es Gesellschaftsjahr. Wir sind der Meinung als Freie Demokraten übrigens gerade nach der Corona-Zeit, wo viele junge Menschen auch wirklich Zeit, auch emotional und sozial Zeit verloren haben, dass das auf keinen Fall ein Pflichtjahr sein darf. Ja, es muss Angebote geben, keine Frage. Und ich bin sicher, dass der eine oder die andere das auch gerne macht. Aber dass das verpflichtend ist, das lehnen wir ab. Alle Verbände sind gegen eine Dienstpflicht nach der Schule. Und einfach deshalb, ja, weil wir erstens in unseren Einrichtungen motivierte Leute haben wollen. Wir wollen keine Leute haben, die wirklich ein Abi hinter sich haben, wirklich mal locht haben im letzten Jahr. Und da extrem Leistungsstress standen, sich freuen, jetzt so ein bisschen Freiheit zu genießen oder sich auch freuen, jetzt ein Studium anfangen zu können. Und dann kommen wir und sagen, nee, nee, du gehst jetzt erst mal ins Krankenhaus oder du gehst in den Kindergarten. Und da machst du mal. Hast du da ein Spiel? I. Willst du mal aufmachen? Ui. Pui. Ist das die Katze hier? I. Pui. Die Pflicht von einst hatte Seiten, die im Rückblick seltsam anmuten. Kriegsdienstverweigerer mussten sich bis in die 80er Jahre einer Gewissensprüfung unterziehen. Wie auch Harald Schmidt. Ich hatte dann ja noch eine Verhandlung in Stuttgart auf dem Kreiswehrersatzamt. Da hat mich, die dauerte zwei Minuten, meine Verhandlung. Also wir saßen da so fünf, sechs Mann. Ich war damals eigentlich schon so ähnlich angezogen wie heute. Rings um mich alles sehr lange Haare, Parka, Peace-Zeichen, Stirnbänder. Und die meisten sagten, ich habe mir Tipps vom Schilly geholt. Weil Otto Schilly verteidigte ja damals zusammen mit dem seligen Hans-Christian Ströbele die RAF. Also ganz in der Nähe, in Stammheim. Und gab Beratung für Verweigerer. Und das hatte ich nicht. Aber ich kam rein und das Prüfungskomitee, vier ältere Herren, sagten, ja, wissen Sie, was heute für ein Datum ist, 20. April. Und dann sagte einer, und? Und ich sagte, ja, Führersgeburtstag. Und dann ging so ein befreites Atmen durch den Raum. Das wusste ich noch von meinem Vater, da war ja früher schulfrei. Also ich bin natürlich sehr kritisch dieser Zeit gegenüber, aber ich kannte halt die offizielle Formulierung, wie das hieß. Und scheue fast nicht vor der Pointe zurück, der Führer hat mich vor der Bundeswehr gerettet. Den Kriegsdienst verweigern, das ging dem Gesetz nach nur aus innerer Überzeugung. Die Gründe, die mich bewogen, den Kriegsdienst zu verweigern, waren rein ihr menschlicher Natur. Und zwar sagte ich mir, die 50 Millionen Menschen, die im letzten Weltkrieg umgekommen sind, waren gewissermaßen umsonst. Ich berufe mich dabei auf die Bergpredigt, in der es meines Erachtens sehr genau aufgezeichnet steht. Und auf welche Predigt hat er sich berufen? Michael Kretschmer, Jahrgang 1975. Ich war eigentlich niemand, der etwas gegen Bundeswehr hatte. Und deswegen fand ich so jetzt zu sagen, Zivildienst, das ist jetzt so mein Gewissenskonflikt, den hatte ich nicht. Aber ich war eigentlich auch so eingebunden als Stadtrat in Görlitz und in meinem Arbeitsumfeld, dass ich eigentlich das Rausreißen auch nicht wollte. Deswegen war Katastrophenschutz, damals bei den Maltesern, so eine richtige Versorgungseinheit, das Richtige. Acht Jahre Verpflichtung und es kam ja dann auch die Flut 2002 hier in Dresden und da sind wir auch richtig gefordert gewesen. Daran erinnere ich mich manchmal und es war eine gute Zeit. Er dient nicht. Jochen N., 23, ledig. Gemustert, vorübergehend zurückgestellt, nie nachgemustert. Befehle gibt er nur sich selbst. Seine Freiheit ist nicht kasernenreglementiert. Jochen N. ist kein Einzelfall. Ja, diesen Zettel, ich weiß gar nicht, wie der aussah. Ich habe, glaube ich, erst mal gedacht, dass es eine Mahnung ist. Und dann war dieser Musterungsbescheid, wo ich dachte, ey Leute, passt mir gar nicht in den Kragen, dass ich jetzt ein Jahr rausgenommen werde oder anderthalb für Zivildienst. Und bin dann zu den Kriegsdienstverweigerern gegangen. Mit der steigenden Zahl der Einberufungen wird vermutlich auch die Zahl der Kriegsdienstverweigerer steigen. 1971 waren es schon 30.000. Die haben mir dann damals geholfen, dass sie gesagt haben, also zur Musterung hingehen, diesen Pullergriff da ertragen, am Puller rumgrabbeln und husten. Das haben sie gesagt, das mach mal mit. Aber ansonsten kommst du immer aus der Nummer raus, dass du beim nächsten Termin einfach hinschreibst, meine Oma in Bremerhaven wird 85, ich muss da zum Geburtstag. Dann bin ich zwei Jahre untergetaucht und irgendwann, weil ich ja auch nicht krankenversichert war und so, habe ich tierische Zahnschmerzen gekriegt und dachte dann so, scheiße, ich kann jetzt nicht irgendwo hingehen, ich bin nicht angemeldet, mich wird da keiner behandeln. Und dann bin ich in Schöneberg, wo ich damals in einer WG gewohnt habe, zur Meldestelle und habe mich dann halt geoutet, so von wegen, ich bin wieder da. Und da war dann so eine Mutti, so eine ältere Dame hinterm Schreibtisch, die guckte dann so im Computer und wurde ganz ernst. Also die war so ein bisschen betroffen irgendwie, guckte aber auch ernst und sagte dann, ihnen ist schon klar, dass die Bundeswehr sie sucht. Und dass das strafbar ist, dass man auch untertaucht, also dass man sich nicht mehr anmeldet. Und sie sagte dann, es ist mit einer Strafe verbunden und dann dachte ich halt, okay, jetzt muss ich 15 Jahre ins Gefängnis oder komm mal frei, aber man muss Millionen abzahlen. Und sie guckte dann noch, das dauerte Minuten und sagte, kostet 40 Mark. Und dann habe ich ihr das Cash offen, ich hatte genau 42 Mark, hatte ich dabei, habt ihr gleich 40 Mark rübergeschoben und mir für die restlichen zwei Mark dann Sternenburg-Pilz geholt. Um, weiß ich nicht, neun Uhr morgens. Bitte schön. Das ist ein Marius. So, guten Appetit euch, ne? Das freiwillige soziale Jahr, das Marius Matewis ableistet, war für Generationen von Männern vor ihm der Ersatz für den Kriegsdienst. In den von Bodelschwingschen Stiftungen Bethel in Bielefeld fingen 1961 die ersten Zivildienstleistenden an. Aber Herr Postumus, Sie haben schon erste Eindrücke sammeln können, Sie sind bisher in einer Tankstelle tätig gewesen. Und jetzt werden Sie es hier mit Menschen zu tun haben, die sehr krank sind. Sie haben erste Eindrücke sammeln können und wie ist Ihr Gefühl, wenn Sie sich dieser Arbeit nun entgegensehen? Also ich habe festgestellt, dass Bethel ganz etwas anderes beherbergt, als man sich als Außenstehender denkt. Wir werden hier hauptsächlich mit elektrisch Kranken zu tun haben. Das ist eine Krampfart. Wie das nun den Einzelnen auch vorgehen soll, das müssen wir ja nun erst lernen, da wir ja neu sind. Werden Sie dann nicht vielleicht doch Zweifel bekommen, ob Ihr Schritt richtig gewesen ist? Nein, ich wäre auf keinen Fall zur Bundeswehr gegangen. Sein Verband, die Diakonie, ist gegen eine Pflichtzeit. Er aber ist dafür. Der Vorsitzende der Bethel-Stiftung, Ulrich Pohl. Chef von mehr als 20.000 Mitarbeitern. Das soziale Pflichtjahr soll eine Möglichkeit für junge Menschen sein, mit anderen jungen Leuten in unserer Gesellschaft zusammenzukommen und ein soziales Jahr abzuleisten. Das ist in der demografischen Entwicklung bei uns in der Gesellschaft auch dringend nötig. Wenn wir auf die nächsten zehn Jahre schauen, dann werden uns Menschen im Sozialbereich dringend fehlen. Und ich glaube, dass ein soziales Pflichtjahr an dieser Stelle Abhilfe schaffen kann. Von einer Pflicht versprechen sich die Befürworter einen positiven Effekt. Wir haben in Deutschland repräsentativ nachgefragt. Könnte ein Verpflichtendes soziales Pflichtjahr den Zusammenhalt stärken? Schilder hoch! Sieben Prozent der Deutschen sagen, auf keinen Fall. 19 Prozent eher nein. Eher ja 38 Prozent. Auf jeden Fall 33 Prozent. 71 Prozent der Deutschen glauben also, dass eine Pflicht den Zusammenhalt stärken könnte. Einfach hier hin, fasst es so. Ich glaube schon, dass es den Zusammenhalt stärken könnte, erst mal so aus sozialen Bubbles, sodass Leute zusammenkommen und die soziale Spaltung ein bisschen aufgehoben wird. Und ich finde auch, man könnte das ja ein bisschen internationaler machen, vielleicht über die EU auch in andere Länder. Das fände ich sehr interessant. So könnte man auch den Zusammenhalt in der EU stärken. Ich denke schon, dass den Zusammenhalt stärken könnte, weil durch dieses Pflichtjahr kann man sich in die anderen Leute hineinversetzen, die zum Beispiel als Krankenschwester arbeiten. Und dadurch lernt man halt die anderen auch besser kennen. Und ich denke, dadurch wird der Zusammenhalt gestärkt. Muss es wirklich eine Pflicht sein, erzeugt das freiwillige Soziale Jahr nicht genug Zusammenhalt? Wir haben zum Beispiel sehr wenig Migranten im sozialen Jahr, im freiwilligen Sozialen Jahr. Wir haben sehr wenig junge Menschen mit Schulproblemen. Wir haben wenig Menschen mit Behinderungen. Wir haben wenig Menschen, die irgendwo am Rande der Gesellschaft stehen. Die hätten mit einem sozialen Pflichtjahr die Chance, mit den anderen jungen Menschen zusammenzukommen und damit auch ihre eigenen Gaben zu entwickeln. Das wäre ein ganzes Jahr lang Zeit dafür. Ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr würde mehr zu einer Durchmischung beitragen, wo eben auch Jugendliche, die vielleicht aus schlechter situierten Elternhäusern kommen, die selbst nicht dieses Jahr kennen, das freiwillige Soziale Jahr kennen, eben auch die Möglichkeit bekommen, so ein Jahr im Dienste der Gesellschaft zu absolvieren. Und das würde mit Sicherheit auch viele junge Menschen mit Migrationsgeschichte betreffen. Das ist doch scheiße. Also da jetzt mit so einem sozialen Jahr jetzt anzufangen zu integrieren, jetzt wo wir, wie lange haben wir jetzt türkische Gastarbeiter, wann war das? Vor 50 Jahren oder so. Warum jetzt über so einen Umweg, dass jetzt Migranten mit den Deutschen zusammen freiwilliges Soziales Jahr machen müssen, um dann irgendwie zusammenzukommen? Das finde ich bescheuert. Am Anfang des Tages guckt man so, was habe ich vor, mit welchen Leuten kann ich was unternehmen, vielleicht auch zusammen oder so. Und dann habe ich jetzt gedacht, mit dem Erik kann man jetzt spazieren gehen, mal ein bisschen frische Luft, Beine vertreten, weil sonst macht er nicht viel. Also er sitzt viel auf dem Sofa, arbeiten kann er, also produzieren sozusagen kann er nicht. Deswegen guckt man immer, wie man den Tag gestaltet, dass er auch irgendwie was erlebt, dass er nicht neun oder acht Stunden auf dem Sofa sitzt und auf Klo geht zwischendurch und isst. Das ist ja dann irgendwie nichts Wahres. Also er wird schon so einen netten Tag zu gestalten immer. Und bei Erik ist es halt wichtig, dass er immer unter Aufsicht ist, weil er Epilepsie hat und regelmäßig Anfälle kriegt. Und wenn er halt stürzt, dann kann ich auch nicht verhindern, dass er sich verletzt teilweise, aber man muss halt immer dabei sein, dass man dann wenigstens reagieren kann. Deswegen ist man immer dabei, also man lässt ihn nicht alleine irgendwo hin. Liebe Gäste, der Bundespräsident. Hallo, guten Morgen. Nehmen Sie bitte Platz. Hallo. Vor einigen Monaten, Sie wissen das, habe ich von hier aus eine Debatte über die sogenannte soziale Pflichtzeit angeregt. Eine solche Pflichtzeit müsste, das habe ich öffentlich mehrfach erläutert, auch kein ganzes Jahr dauern. Sie kann auch kürzer sein. Sie kann nach meiner Vorstellung auch über mehrere Lebensabschnitte verteilt sein. Bei der anschließenden Diskussion hört der Bundespräsident vor allem Kritik an seinem Vorschlag. Da finde ich es einfach einen falschen Ansatz, jetzt zu sagen, wir kriegen ein gesellschaftliches Wir, indem wir Menschen jetzt nochmal die Freiheit nehmen. Es ist Jonah Dörrs erster Besuch beim Bundespräsidenten. Zu Wort kommt sie nicht. Ich konnte dem Präsidenten jetzt meine Meinung leider nicht mitteilen und ich konnte ihn auch nicht meine wichtigste Frage fragen. Und die wäre, was mit den Leuten passiert, die ein soziales Pflichtjahr verweigern. Werden die wieder ins Gefängnis gesteckt, werden die kriminalisiert? Was macht man mit denen und was passiert überhaupt mit denen? Und diese Frage kommt allgemein, dieser Debatte einfach viel zu kurz. Und das wurde auch heute nicht angesprochen. Das geht einfach nicht. Vielleicht bekommt Jonah Dörr eine Antwort von Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie gilt als die Mutter der Dienstpflichtdebatte. 2018 löste die damalige CDU-Vorsitzende die erste deutschlandweite Diskussion über eine Pflicht für junge Menschen aus. Beim Wehrdienst war der Zivildienst ja ein Wehrersatzdienst. Und diejenigen, die den Zivildienst ja auch verweigert haben, wurden kriminalisiert oder ins Gefängnis gesteckt. Was passiert dann mit den Verweigerungen des Pflichtjahres? Muss man dann gleich auswandern, wenn man es nicht machen will? Auch da, das ist eine spannende Frage, muss ich ehrlich sagen. Und so ganz zu Ende kann ich Ihnen da die Antwort auch noch nicht geben. Aber das ist ein Aspekt, der bei der ganzen Abwägung auch bedacht werden muss. Aber natürlich ist es so, wenn Sie alle erreichen wollen, dann ist es eben auch wichtig, dass Sie möglichst wenig Schlupflöcher dann auch haben. Ich meine, Sie werden auch immer Menschen haben, die vielleicht gerne das machen würden, aber aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel nicht in der Lage sind. Auch dafür müssen Sie entsprechende Regelungen finden. Aber die Frage, wie geht man mit denen um, die sich total verweigern, das ist in der Tat noch eine Frage, die geklärt werden muss, die ich auch noch nicht 100 Prozent beantworten kann. Das stimmt. Dankeschön. Und danke fürs Zuhören. Eine Pflicht für alle, die müsste der Staat durchsetzen. Aber wie? Mit Arrest wie im vorigen Jahrhundert in der Bundesrepublik Deutschland? Die gesetzlichen Bestimmungen zwingen einen nicht anerkannten Kriegsdienstverweigerer in einen unlösbaren Konflikt. Ist er konsequent und weigert sich, die Waffe anzufassen, dann wird er wegen Gehorsamsverweigerung mit Arrest und später mit Gefängnis bestraft. Wie würde der Staat mit jenen umgehen, die sich einer neuen Dienstpflicht verweigern? Das ist in der Tat die heikelste Frage oder mit die heikelste Frage. Denn die Vorstellung, dass man Jugendliche dafür bestraft, dass sie sich sozusagen einem solchen Dienst verweigern, die ist schwer nah zu vollziehen. Ich glaube, dass man versuchen muss, jetzt von diesem Begriff Pflicht wegzukommen. Mein Eindruck ist, die Pflicht sorgt bei einem Teil der Bevölkerung zugleich für Ablehnung. Und was ja, glaube ich, alle wollen, ist ja nicht eine Erziehung oder einen Zwang ausüben. Das ist ja das, was wir eigentlich auch in der DDR hatten. Das war ja furchtbar, ja. Und diese Angst, da zur Armee gehen zu müssen und dass man keinen Ausweg hat. Ja, diesen Zwang wollen wir ja gerade nicht mehr. Wir wollen ein Engagement für diese Gesellschaft. Und vielleicht ist der Rechtsanspruch, so etwas tun zu können und dafür für einen Zeitraum von zwölf Monaten auch eine finanzielle Unterstützung zu bekommen, die es auf der einen Seite diesen Dienststellen ermöglicht, diese Arbeit anzubieten und auf der anderen Seite der individuellen Person die Möglichkeit zu geben, ihren Lebensunterhalt damit zu garantieren. Vielleicht ist das das Bessere. Sozialer Bereich? Katastrophenschutz? Umweltschutz? Kultur? Bundeswehr? Und Frage Nummer drei wäre, in welchen Bereichen sollte ein soziales Pflichtjahr absolviert werden? Hoch! Die Befragten konnten mehrere Bereiche auswählen. Das Ergebnis? Mit 81 Prozent liegt der soziale Bereich vorn. Die geringste Unterstützung erhält die Bundeswehr mit 51 Prozent. Dazwischen Katastrophenschutz, Umweltschutz und Kultur. Also ich sehe mich eher in der Bundeswehr, weil ich finde das sehr interessant und ja, das hatte ich auch schon so in Planung, nach der Schule, ein Gern der Bundeswehr zu sein. Und ja. Bundeswehr? Also ich bin jetzt persönlich dagegen, aber wer es machen will, kann es gerne machen. Also ich finde, dann können die Leute auch Erfahrungen sammeln, auf jeden Fall. Und dazu lernen, Disziplin lernen. Ich wüsste auch, was ich machen würde. Ich würde wahrscheinlich zum Wehrdienst gehen, wenn man das machen müsste. Warum? Ich fände das, ich glaube, ich fände das am meisten interessant so. Die Bundeswehr als eine Möglichkeit für ein Pflichtjahr? Das wäre eine Wahl-Wehrpflicht. Seit 2011 ist die Wehrpflicht ausgesetzt. Ich glaube, die Entscheidung war damals wirklich auch der Zeit etwas geschuldet, auch der Betrachtung, in welchem sicherheitspolitischen Umfeld leben wir. Und wenn uns die letzten Jahre was gelehrt haben, dann ist es, dass sich sicherheitspolitische Umfelde sehr, sehr schnell wieder ändern können. Der Ukraine-Krieg, die sogenannte Zeitenwende, stellt bei einigen alte Überzeugungen in Frage. Damals gab es diesen Wehrdienst. Ich habe das verweigert. Es war damals richtig, unter den Vorzeichen von damals. Heute weiß ich nicht, wie ich reagieren würde. Zumindest allerdings, wenn ich wüsste, dass unser Land, also unser Europa, denn wenn ein Mitglied der NATO angegriffen wird, sind wir ja mit drin. Wenn das bedroht würde, dann weiß ich nicht, ob es übers Herz bringen würde, zu sagen, naja, was müssen jetzt die anderen machen. Die prinzipielle Idee des Wehrdienstes ist die demokratischere und die geerdetere Version. Also, ich meine, man braucht ja dann doch Leute, die diesen Beruf können, ja. Das ist, glaube ich, mit so einer Wehrpflicht und schnell mal, zeig mir mal, warum man die Waffe hält, ist es nicht getan. Das ist ja auch alles hochtechnisiert heutzutage. Auf der anderen Seite muss man jetzt wieder sagen, unsere amerikanischen Freunde sind ja in Afghanistan doch mit, von Männern mit Flipflops und auf Mopeds verjagt worden. Also, Ausbildung ist auch nicht alles, ja. Es scheint dann doch irgendwie eine Motivationsfrage und so zu sein oder eine Unterstützung in der Bevölkerung. So. Feierabend. Erik Svensson wird gleich abgeholt. Wie hätte sich Marius Matewes wohl gefühlt, wenn sein freiwilliges soziales Jahr eine Pflicht gewesen wäre? Ich bin ja jetzt recht frisch aus der Schule raus und ich glaube, hätte mir jemand gesagt, also ich habe ja schon aufs Abi hingeguckt, so, Abi und dann ist erstmal Schluss. Und wenn ich da gewusst hätte, ja, jetzt musst du noch ein Jahr dranhängen, hätte ich erstmal prinzipiell gesagt, habe ich keine Lust drauf. So, vom ersten Gefühl her. Ich habe es ja jetzt gemacht, das ist, also, für mich ist es jetzt komischer Fall, aber Leute, die es nicht machen, ich glaube, es gibt viele Leute, die es, wenn sie es dann machen müssten, wo es keinen Spaß machen würde. Und wo das dann natürlich für die Person selber Kacke ist, weil die keinen Spaß haben, aber auch für die jeweilige Einrichtung ist es halt einfach nicht hilfreich, wenn da jemand sitzt, der keine Lust hat. Also, da sehe ich irgendwie nicht den Mehrwert hinter. Marius Matewis wird dem sozialen Bereich erhalten bleiben. Sein Plan nach dem Freiwilligenjahr, eine Ausbildung zum Notfallsanitäter. Die Pflicht von damals. Das war ein Entweder-oder, Wehr-oder-Zivildienst. Eine neue Pflicht würde viel mehr Einsatzmöglichkeiten bieten. Vielleicht auch im Ausland. Ich bin nicht für ein Pflichtjahr. Ich glaube, das Ganze sollte auf freiwilliger Basis passieren, in der Einsicht, dass es unter Umständen die tollste oder wertvollste Zeit im Leben sein kann oder mit dazu gehören. Es wird nicht leicht sein, das durchzusetzen. Ich finde es trotzdem unbedingt erwägenswert, weil ich grundsätzlich denke, dass die Vorteile überwiegen. Wir leben in einer Zeit, wo es ständig zu Antipoden kommt und gegen Polen. Wir leben in einer Zeit der gesellschaftlichen Widersprüche innerhalb von Generationen. Es wäre ein Riesenschritt für Deutschland, für unsere Gesellschaft, eine solche Entscheidung zu treffen. Vielleicht strukturell eine der größten politischen Entscheidungen der Nachkriegszeit wieder. Aber ich finde schon, wir tun uns überhaupt nichts Schlechtes, sondern eher etwas Gutes, wenn wir in Volksbefragungen so eine Frage mal der deutschen Bevölkerung vorlegen. Also ich fände auf jeden Fall gut, dass da jemand ist, der uns beide, wenn wir dann, weiß ich nicht, vielleicht ziehen wir zusammen irgendwie, uns dann hilft. Freiwillig. Ich möchte nicht einen jungen Mann oder eine junge Frau haben, die gezwungen wird, mich zu pflegen. Das sollte auf freiwilliger Basis passieren. So, und jetzt raus hier. So, und jetzt raus hier. Boé. So, und jetzt raus. So, und jetzt raus. Vielen Dank.